Der Attentäter von Solingen hat sich selbst gestellt, so die offizielle Meldung der Polizei. Ist das wirklich glaubwürdig, dass er ca. 24 Stunden lang sich irgendwo in einer Gasse, wie es heißt, im Hinterhof in Solingen in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben soll und sich dann selbst stellt? Warum sollte er das tun? Wir gucken uns diese Situation genau an. Zahlreiche Internet-User glauben nicht, dass er der wahre Täter ist. Moin zusammen, ich bin Oli für Christian Content, die hat es gerne ein Abo dalassen. Es ist wirklich sehr, sehr dubios, was mit diesem Fall hier passiert. Also wir müssen das versuchen, nochmal alles zu rekapitulieren, damit ich es selber auch nochmal richtig verstehe. Wir haben gestern mitbekommen, dass ein 15 Jahre junger Jugendlicher verhaftet wurde, weil er angeblich Mitwissen haben könnte. Soll heißen, er soll angeblich von dem Anschlag im Vorhinein gewusst haben und niemanden gewarnt haben. Das ist der erste, der verhaftet wurde. Danach hat man mitbekommen, dass gegen 20 Uhr abends irgendwie sowas um den Dreh eine Flüchtlingsunterkunft direkt in Solingen ein paar hundert Meter nur neben dem Veranstaltungsort gestürmt vom SEK wurde, untersucht wurde und auch ein Mann verhaftet wurde. Ein Syrer. Dann kommt aber abends noch die dritte Nachricht raus, nämlich diese hier. Der Attentäter von Solingen hat sich gestellt. Zitat, ich bin der, den ihr sucht. Er ist auf eine Polizeistreife selbst von sich aus zugegangen und hat gesagt, jo, ich bin der, den ihr sucht, verhaftet mich. Also wir haben jetzt eine dritte Verhaftung hier in Summe vorhanden. Ich finde diesen Fall einfach nur noch suspekt. Alles sehr, sehr undurchsichtig, sehr dubios und interessant ist dazu auch, dass man kaum noch Informationen darüber findet. Und das ist ein bisschen, böse Zungen würden sagen, verdächtig, dass man kaum noch etwas findet, dass diese zweite Verhaftung in der Flüchtlingsunterkunft stattgefunden hat. Ich habe mir die Finger wund gegoogelt und die Titelzeilen und alles Mögliche ist geändert worden. Wir sehen aber hier bei Merkur noch, also ich habe mir das nicht eingebildet, es wurde wirklich so berichtet. Zitat, es ist jetzt mehr als eine Vermutung. Wir haben nicht mehr nur einen Hinweis auf diese Person gehabt, sondern wir haben auch Beweisstücke gefunden. Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei bereits in einer Solinger Flüchtlingsunterkunft, die nicht weit vom Anschlotzort in der Innenstadt entfernt ist, einen Mann festgenommen. Also das hat tatsächlich so stattgefunden und es handelt sich tatsächlich um eine andere Person als die, die sich selber gestellt hat. Denn bei der Person, die sich selber gestellt hat, sehen wir ja hier in der Welt, Verdächtiger aus Solingen stellt sich Ermittlungen wegen des Verdachts auf IS-Mitgliedschaft, heißt es hier. Und der mutmaßliche Täter von Solingen ist gefasst. Das berichtet NRW-Innenminister Heul, es soll sich um den wirklich Verdächtigen handeln, den man gesucht habe. Den 26-Jährigen aus Syrien stammen hier, die Ermittlungen gegen ihn hat nun die Bundesanwaltschaft übernommen, heißt es. Ich will nicht irgendwie der komplette Verschwörungstheorie hier verfallen oder ähnliches, aber es ist unglaubwürdig, so leid es mir tut. Er war angeblich auch noch blutverschmiert und alles. Nach 24 Stunden hat man nicht die Möglichkeit, irgendwo sich mal kurz ein bisschen hier die Hände und sonst was alles abzuwaschen? Es ist skribios. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin da ein bisschen sprachlos, ein bisschen ratlos, weil für mich ergibt das alles noch sehr, sehr wenig Sinn. Nichtsdestotrotz gucken wir nochmal, ist es ja auch sehr, sehr krass, dass dieser Attentäter hätte abgeschoben werden sollen. Das Ganze sollte 2023 bereits, ich habe ja ein ausführliches Video dazu im Olli-Kanal noch gemacht, guckt euch das gerne an, Anfang 2023 nach Bulgarien abgeschoben werden, weil er dort laut Dublin-Regelung das erste EU-Land war, wo er angekommen ist und dementsprechend sind die dafür auch zuständig. Das Ganze hat nicht funktioniert. Er ist monatelang untergetaucht und dann wiederum hat man die Abschiebung ausgesetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das kannst du dir doch alles nicht mehr ausdenken. Vielleicht ist das basierend auf solch einer Vorgehensweise passiert, denn wir haben es ja gerade vor einigen Tagen mitbekommen, dass es hieß hier, Erklärung zur eventuellen Ausreiseverweigerung. Landesaufnahmebehörde Niedersachsen an die Bundespolizei, Flughafen Düsseldorf. Wenn sich der Betroffene weigert, in das Flugzeug zu steigen bzw. auf eine andere Art versucht, sich der Abschiebung zu widersetzen, aktiver oder passiver Widerstand, kann dieser auf freien Fuß gesetzt werden und eigenständig zu der ihm zugewiesenen Unterkunft zurückreisen. War das vielleicht genau solch eine Situation? Das interessiert mich persönlich, wie das Ganze genauestens abgelaufen ist. War das aktiv, war das passiv und sonst etwas? Es ist halt wirklich schon sehr, sehr dubios. Und nochmal mein Beileid an die drei Familien der drei Verstorbenen, Hinterbliebenen und natürlich auch an die acht Schwerverletzten, und ich hoffe, dass sie alle über den Berg kommen werden und wir nicht noch hören, dass es noch ein viertes Opfer zu beklagen gibt. Glaubt ihr, jetzt mal wirklich ganz konkret gefragt, glaubt ihr, dass jemand, der eine solch grausame Tat, nochmal, drei Menschen das Leben genommen und acht schwer verletzt, dass so jemand nach 24 Stunden sich sagt, nee, ich stelle mich jetzt selbst der Polizei und lass alles, was da kommt, auf mich zukommen und sonst was? Ich finde es komisch. Ich finde es absolut komisch, um es mal so auszudrücken. Wir müssen definitiv über diesen Fall weiter diskutieren. Es darf nichts und niemand hier in irgendeiner Art und Weise in Vergessenheit geraten. Aber es gibt auch schon Experten, die sich äußern, Zitat, es wird wohl nicht bei Solingen bleiben. Islamismus-Experte erklärt den Solingen-Anschlag mit drei Toten. Kommt der Gaza-Terror jetzt zu uns? Ist er nicht schon hier, würden böse Zungen an dieser Stelle fragen? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Denn wenn man sich überlegt, wer fühlt sich von euch noch auf Deutschlands Straßen sicher? Ja, ich persönlich schon lange nicht mehr. Man hat es vielleicht in manchen Städten anders als auf dem Land, wenn man schön in den Wald geht, mit dem Fahrrad fährt, mit dem Hund spazieren geht und so weiter. Aber wir können ja nicht abstreiten, dass es offensichtlich eine große Gefahrenlage in Deutschland gibt. Ich mag gerne daran erinnern, dass die USA eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen haben. Wir sehen das ja hier nochmal im Fokus. USA verschärften wegen erhöhter Terrorgefahr Reisewarnung für Deutschland. Und ganz offensichtlich haben sie damit recht behalten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Dass die Amis hier im Mai bereits diesen Jahres ihre Landsleute gewarnt haben, nach Deutschland zu reisen und aufzupassen. Und genau so hat Japan es ihnen gleich getan. Wegen Drogen und Mafia. Japan warnt vor Reisen nach Deutschland. Und offensichtlich sind diese Warnungen berechtigt, wie wir jetzt leider an Solingen ganz klar jeder von uns sehen konnte. Es ist wirklich absolut erschreckend, dass diese Regierung offensichtlich nicht in der Lage dazu ist, Sicherheit für seine Bürger zu ermöglichen. Es ist unfassbar, wie ich persönlich finde. Und wo soll das Ganze noch weiter hinführen? Wenn jetzt hier Beileidsbekundungen und ähnliches kommen, ist das toll, ist das schön, ist das solidarisch? Aber was bringen solche Bekundungen, wenn die Ursachen noch nicht einmal angesprochen werden? Das ist die Frage, die wir uns hier stellen müssen. Schreibt eure Meinung jetzt gerne in die Kommentare unten rein. Was haltet ihr davon? Ist das der wirkliche Täter? Ja oder nein? Bis zum nächsten. Abo nicht vergessen und ciao. Test Bureau. Wie ist es? Schut nur also. Das ist SCIEN.